Hallihallöchen Leute, ich begrüße euch heute zu einem Video zum Thema Kampf im Rollenspiel und wie man den spannender gestalten kann. Das Ganze kam auf durch den Themenmonat vom Pen & Paper Tube, wo das Thema Kampf in den Raum gestellt wurde. Und ich mir dachte so, hey Kampf, was kann ich euch dazu erzählen? Und was ist das in meinen Augen, wenn man über Kampf redet, Wichtige? Und da kam schnell der Gedanke von, wie mache ich Kampf spannender? Weil das ist, denke ich, das, wo die meisten Leute, die Rollenspiel spielen, darauf hinaus wollen, wie kann ich meinen Kampf cooler gestalten? Und da habe ich ein bisschen nachgedacht, so hey, gibt es ein paar einfache Hausregeln, die ich zum Beispiel gerne benutze, um Kampf spannender zu gestalten? Aber im Endeffekt bin ich wieder an dem Punkt gelandet, dass ich der Meinung bin, Kampf gut spannend zu gestalten, geht eigentlich über das Design des Dungeons und des Kampfes und des Abenteuers, wie man da hinkommt. Klar können kleine Hausregeln und coole Sachen helfen, aber wenn die Story wack ist und der Kampf halt einfach keinerlei Relevanz hat, dann helfen halt auch tolle Regeln nicht mehr. Deswegen möchte ich heute für euch, mit euch ein bisschen darüber reden, was für Ideen ich dafür habe und was für eine Theorie ich da hinterher sehe, wie man das Ganze ein bisschen spannender gestalten kann, was man da mitnehmen kann. Und der generelle Punkt erstmal, was macht einen Kampf spannend? In meinem Augenblick, objektiv bedacht ist ein Kampf ein reines Ressourcenmanagement. Es geht halt darum, dass die Gruppe hat, also rein in Werten hat die Gruppe Lebenspunkte, die Monster haben Lebenspunkte und die haben verschiedene Ressourcen wie Munition etc. Und am Ende vom Kampf sollten die Lebenspunkte bei einer der beiden Seiten auf Null sein. Oder man die Seite dazu bewegt hat, so viele verloren zu haben, dass sie sich entscheiden, okay, wir gehen nach Hause, das ist uns zu doof. Aber dann ist es halt auch nur, dass es halt nicht auf Null geht, sondern bis zu einer bestimmten Grenze. So, was ist natürlich aber, also das bringt halt kein spannendes Gefühl rüber, sondern die Frage ist, wie ist das spannend und spannend ist es zu dem Zeitpunkt, wo Druck aufgebaut wird. Wo es nicht nur darum geht, Ressourcen hin und her zu schieben, sondern wo die Spieler das Gefühl haben von, da ist gerade was, was uns im Nacken sitzt. Man muss das Ganze ein bisschen mit Vorsicht genießen, es geht halt nicht darum, dem Spieler Druck zu machen, Dinge zu tun und aktiv zu sein und ihn dazu zwingen und unter Druck zu setzen. Weil das, also das kann im gewissen Maß Spaß machen, aber man darf es halt nicht zu viel machen. Man darf nicht an den Punkt kommen, wo der Spieler das Gefühl hat von, ich muss jetzt alle Nase lang irgendwas tun, weil ich hab halt hier nur Druck im Nacken. Sondern es geht darum, das Gefühl aufzubauen von Druck, der das Ganze relevant macht, Druck, der auf dem Charakter entlastet und wo die Spieler einen Weg finden müssen, dass der Charakter lebend da rauskommt. Und Druckaufbau ist also das, worauf ich abziehen würde, wenn ich sage, ich möchte einen Kampf spannend gestalten. Und um ihn da rein zu bekommen, halt den ganzen Dungeon oder das ganze Abenteuer, wo er drin sitzt. Und dafür, neben dem direkten Druck aufbauen, auf den wir gleich noch ein bisschen eingehen können, sehe ich drei wichtige Sachen, die man nutzen kann. Zum einen ernste Konsequenzen. Denn wenn das, was passiert, schief gehen kann, dann schafft das Druck, den Druck zu versagen. Wenn es keine Konsequenzen gibt, dann ist das Ergebnis halt ziemlich irrelevant. Das Unwissen der Spieler. Und nicht im Sinne von, ihr seid schlecht, ihr wisst das nicht, sondern im Sinne von, wir arbeiten mit den Dingen, die ihr nicht wisst, als Mechanik des Spiels, um darüber Druck aufzubauen, dass ihr Probleme lösen müsst. Und mit Situationen umgehen könnt, wo ihr nicht zu 100% vorher alles, wo es halt nicht bekannt, wo es nicht einfach nur ein reines Hin- und Herschieben von Werten und Ideen ist. Das ist das Klassische, du stehst im Nahkampf und du haust drauf. Und der Gegner auch drauf. Und du haust drauf. So, dann weißt du alles, was passiert, du weißt, welche Talente du hast und du kannst statistisch abschätzen, was passiert. Das ist halt nicht das, was Druck aufbaut, nicht das, was Spannung erzeugt, sondern Spannung und Druck kommt dann, wenn du halt nicht weißt, was auf dich zukommt. Und ein letzter Punkt, der so ein bisschen abstrakter ist, ist, dass es einen Bezug zum Kampf geben sollte für die Charaktere und damit auch für die Spieler. Denn ein Bezug sorgt dafür, dass es interessanter ist. Und wenn etwas interessant ist, hat man halt persönliches Investment und das schafft halt auch Druck. Nicht dieses offensichtliche, oh, wir müssen das schaffen, weil wir sonst halt irgendwie verrecken, sondern es schafft diese Art von Druck von, es interessiert mich, was dabei rumkommt. Und ich habe ein Ziel, was ich dabei erreichen will. Und dieses Ziel schafft halt Druck, dass ich mir Mühe geben muss, dahin zu kommen. Das offensichtliche erste Idee, was man machen kann, wo man direkt am Druck arbeitet, ist, damit zu arbeiten, wie viel Zeit besteht. Und zwar sowohl für die Spieler, also OT, als auch IT für die Charaktere. Eine Regel, die ich da zum Beispiel gerne in D&D verwende, ist, wenn meine Spieler sehr taktisch spielen wollen, dann gibt es OT, die Zeitbegrenzung in der Form, dass sie am Anfang einer Kampfrunde planen dürfen, aber nicht während der Kampfrunde nach jeder Aktion sich eh wie viel Zeit nehmen können, überlegen, was sie machen. Weil in den ersten Kämpfen in einer Kampagne hatte ich das, dass die Spieler jedes Mal, wenn jemand was gemacht hat, nochmal durchdiskutieren, was jetzt als nächstes gemacht wird, ob der Plan noch passt. Also, das zieht Kämpfe super in die Länge und das macht es langweilig. Also wird da ein bisschen Druck aufgebaut, in dem gesagt wird, am Anfang der Runde dürft ihr euch was überlegen, aber wenn die Runde losgeht und Aktionen umgesetzt werden, dann ist da Druck. Im Sinne von, ihr könnt einen Plan umsetzen, aber wenn halt etwas anders verlauft, habt ihr keine Zeit zu überlegen, sondern derjenige, der dran ist, muss sich dann halt was überlegen, ob er den Plan weiter so umsetzt, wie er gedacht war, oder ob man sich was anderes überlegt und damit gegebenenfalls vom Plan abweicht und wie man das dann macht. Man kann aber auch mit IT-Sachen schön arbeiten, zum Beispiel, dass man damit arbeitet, dass die Umgebung sich verändert, so was wie der Wasserpegel steigt. Oder man weiß, wir haben nur bestimmt viel Zeit, bis der Gegner Verstärkung bekommt. Oder die Story sagt, ihr schleicht euch in eine Festung rein, um das Tor zu öffnen, damit eure Leute rein können. Und ihr habt einen Zeitplan, wann eure Leute da draußen ankommen, dann muss das Tor offen sein. Und dann steht vor dem Schalter aber noch ein Gegner, dann habt ihr den Zeitdruck von, ihr müsst den innerhalb von x Runden weghauen, sonst kriegt ihr das Tor nicht auf und eure Leute stehen unten davor und der Feind sieht sie und ballert sie vor dem verschlossenen Tor kaputt. Das ist halt auch so ein Level von Zeit mit einbauen. Also man muss nicht direkt sagen, ihr habt halt nur drei Minuten pro Runde, sondern man kann das halt in den Dungeon, in das Abenteuer, in die Story einbauen, um es damit relevant zu machen. In einem Vampire-Abenteuer hatten wir den Punkt, dass die Gruppe sich entscheiden musste, wie sie die Situation komplett auflösen. und hatten IT bis Mitternacht Zeit, eine Entscheidung zu fällen. Da habe ich OT einen kleinen Pin gebaut, wo dann drauf stand, wie spät es gerade ist. Und wenn sie diskutiert haben, habe ich den halt immer ein bisschen erhöht, damit sie halt mitbekommen, okay, Zeit vergeht, während unsere Charaktere reden und wir müssen halt irgendwann zu einer Entscheidung kommen. Man kann aber auch, wie gesagt, diverse weitere Ideen, um das Ganze auf die drei angesprochenen abstrakteren Punkte zu gehen. Das Erste, was ich da immer gerne erwähne und cool finde, sind einzigartige Mechaniken oder auch erweiterte Mechaniken. Ganz einfach, die meisten Spieler kennen den Großteil ihrer Gegner sehr schnell, weil man ja ein paar Mal getroffen hat und gut ist. Einzigartige Mechaniken reinzubringen, macht den Kram halt wieder interessanter, weil es auf den Punkt geht von Unwissenheit. Man arbeitet damit, dass die Spieler nicht vorher genau wissen, das wird das Monster und das sind Orks, die verhalten sich so und so und so und so und so und so und so, sondern dass da etwas reinkommt, was den Kampf direkt spannender macht, weil die Unwissenheit angesteuert wird und damit Druck da ist, eine Situation zu lösen, bei der man nicht alle Faktoren kennt. Zum Beispiel habe ich mir für meine D&D-Kampagne Doppel-Söldner-Skelette gebaut. Also Untote, wo ich normalerweise sage, Untote sind jetzt nicht so die spannenden Gegner, ist jetzt nicht so abwechslungsreich, aber ich habe die Idee vom klassischen mittelalterlichen oder spätmittelalterlichen Doppel-Söldner genommen, das waren Söldner, die halt angefeuert wurden, um reinzubrechen, denn zu der Zeit, wo die viele aktiv waren, war es halt schon üblich, dass infanteriert Formen von Blöcken mit Picken oder Sperren eingesetzt werden und damit Linien gehalten werden und das ist halt leicht, solche Truppen aufzustellen, weil du den Levymen, also die Bauernmiliz im Endeffekt, die kannst du halt alle mit Picken dahin stellen und dann sind die halt ein Block, der im Weg steht. Und der Doppel-Söldner hat doppelt ein Söld bekommen, weil er eine besonders schwierige Aufgabe hat, er hat dafür meistens, dadurch, dass sie mehr verdient haben, konnten sich ein bisschen Panzerung leisten und hatten häufig Zweihänder und hatten dann den Job, diese Reihe aufzubrechen und dafür der Zweihänder, weil damit gehen sie halt rein, hauen damit Gewalt durch, schlagen entsprechend die Speere kaputt, was sie halt können, weil ein Zweihänder mehr Reichweite hat als so ein Einhandschwert, wo der Speer direkt entgegen ist und brechen damit die Reihe auf. Das war ein sehr gefährlicher Job und bringt dann halt Leichtverletzungen und den Tod, dementsprechend wurde der doppelt bezahlt und deswegen der Name Doppel-Söldner. Und diese Idee habe ich für ein paar meiner Untoten übernommen und habe mich gesagt, okay, da gibt es auch welche, die sind ein bisschen besser gehostet. Ja, okay, die haben einen coolen Zweihänder, sieht bedrohlich aus, aber vor allen Dingen haben die eine Mechanik, mit der sie Gegner zurückdrängen. Wenn die einen erfolgreichen Angriff gegen dich machen, dann drängen die dich bis zu anderthalb Meter, drei Meter, ich habe die genauen Werte jetzt gerade nicht im Kopf, würde ich ja nochmal nachschlagen, wenn ich es dann einsetze, zurück und setzen nach. Und damit kann ich die Formation der Spieler, wie sie unterwegs sind, unter Druck setzen. Und kann zum Beispiel erreichen, dass, wenn vorne zwei Kämpfer stehen und dahinter der Fernkämpfer und der Heiler und der Magier, kann ich die Kämpfer vorne auseinander drängen, sodass dann andere Untote durch können, ohne durch die Zonen des automatischen Gelegenheitsangriffs durchzumüssen und bis zum Magier rennen können und denen da hauen. Und dann guckt der ganz doof. Oder ich kann das benutzen, um in einem Kampf, wo ich weiß, ich habe dann, also wenn man die das erste Mal reinwirft, dann experimentieren die Spieler mit, lernen das kennen, dann denke ich fest so, das ist halt schon nicht ganz harmlos, weil die können uns bewegen. Dann habe ich irgendwann einen Kampf, wo dann der Nekromant, der die Untoten befähigt mit dabei ist, der einen Feuerball zaubert. Also setze ich diese Doppelsöldnersleiter ein, dass die gezielt Gegner zusammenträgen, weil der Nekromant, der ihm das vorher gesagt hat, sorgt dafür, dass sie zusammengedrängt werden und dann wirft er den Feuerball drauf, weil dann stehen sie alle schon gebündelt. So kann man die einzigartige Mechanik einbauen und das damit Druck und Spannung aufbauen darüber. Und da kann man sich halt, da könnt ihr als Spieler da kreativ sein, da könnt ihr euch alle möglichen Mechaniken überlegen, je mehr Kram ihr verwendet, der halt noch nicht irgendwo schon bekannt ist, oder so, bringt's doch. Ihr könnt natürlich auch Sachen, die einzelne Monster können, nehmen und auf andere draufpacken und damit einen Überraschungseffekt erzeugen und auch damit arbeiten, dass da Mechaniken auftauchen, die man von sowas nicht kennt. Damit lässt sich halt viel machen. Und das Schöne ist, wenn man mit Leuten spielt, die halt noch nicht so viel Erfahrung haben, dann kann man auch aus dem Monsterhandbuch ganz viel rausnehmen, was einzigartige Fähigkeiten und Mechaniken sind. Sowas wie ein Jellertblock, in den man drinsteckt und langsam verbedaut wird. Wenn die Spieler da zum ersten Mal drauf treffen, ist das hochgradig spannend. Wenn man den zum 15. Mal trifft, dann machen wir halt noch eine andere Idee. Dann, um Bezug aufzubauen, und da soll man das sein, Gesprächsfetzen am Anfang vor dem Kampf. Denn, seien wir ehrlich, die meisten Leute im Rollenspiel wollen sich an Kämpfe anschleichen. Weil natürlich, es ist vernünftig. Klar, jeder will einen Vorteil haben. Das heißt aber auch, man kriegt, also die Gegner, wenn man denen erfolgreich auflauert, dann erwischt man sie in dem Moment, wo sie ganz normal unterwegs sind. Und nicht damit rechnen, wenn es so kommt. Das heißt, gerade Wachleute, das heißt, das unterhalten sich. Und dann könnt ihr, das heißt, ihr könnt, selbst wenn es nicht so sehr darauf geht, von überlauert ihr den komplett auf, sondern auch so startet die Initiative, Moment der Überraschung, der da mit drin ist, und wer reagiert wie schnell in Form der ersten Initiative, könnt ihr, kurz bevor der Kampf losgeht, die Spieler einen kleinen Gesprächsfetzen mitbekommen lassen. Zum Beispiel, die beiden Org-Wachleute, die sich gerade darüber unterhalten, wie die Frau von einem, wie es dir zu Hause geht. Oder andere Wachleute, die darüber reden, wie dumm der Vorarbeiter ist, oder was auch immer. Da kann man ja tun. Also da könnt ihr halt irgendeinen kleinen Fetzen erzeugen. Das Ganze hat aber zwei wichtige Effekte. Zum einen gibt es mehr Bezug für die Spieler, weil sie halt, dann reden sie halt nicht nur von den drei Orgs, die da standen, sondern von den drei Orgs, bei denen sie von einem wissen, dass er Dave heißt. Oder so was. Oder wo wir irgendeinen kleinen Punkt über ihn wissen. Das schafft halt ein gewisses Maß an Bezug für die Spieler und die Charaktere, weil es halt nicht nur die blanken Monster sind, auf die man losrennt, sondern existierende Wesen, über die man gerade etwas erfährt. Das drückt natürlich so ein bisschen auf diese Tränendrüse von ihr schlachtet da gerade Monster ab. Das heißt, ich würde nicht bei jedem Mal alle Monster darüber oder in der SC-Storm reden lassen, wie es ihrer Familie zu Hause gerade geht, weil das macht den Spiel halt auch nicht Spaß, wenn sie jedes Mal vorgehalten bekommen, dass sie Monster sind, die da gerade jemanden acht schlachten, der trotzdem eine Familie hatte. Und seien wir ehrlich, Orgs und so etwas haben ja eigentlich auch eine Familie oder einen Hintergrund. Man muss da nicht die Moralkeule rausholen, sondern eher die persönliche Bezugskeule rausholen. Etwas, wo die Spieler am Ende sagen, ah, da erinnere ich mich dran. Vielleicht erzählt einer davon, wie gerne er jetzt einen Apfelsaft hätte oder was für einen tollen Obstbaum er zu Hause im Garten stehen hat. Kram, Dinge, irgendwas. Der zweite Punkt, der dadurch erzeugt wird, ist, dass ihr die Möglichkeit schafft, mit NSCs zu interagieren. Weil ihr spielt in dem Moment ja den NSC aus, ihr sprecht mit in Form des NSCs, im Optimalfall sprecht ihr es halt doch wirklich aus, wie der das sagt. Das schafft für die Spieler das Bewusstsein von, der kann reden, mit dem können wir reden. Was halt immer mehr Optionen schafft, dafür sorgt, dass die Spieler sich vielleicht überlegen, hey, der Typ ist ein bewusstes, intelligentes Wesen, vielleicht können wir dem überzeugen, dass wenn wir ihm drei Silbermünzen geben, er halt einfach abhaut und wir hier in Ruhe rein können. So, schafft Optionen. Was sie daraus machen, ist halt ihre Sache, macht aber den danach entstehenden Kampf auf jeden Fall spannender. Dann ganz wichtiger Punkt, kreative Ideen belohnen. Das schafft auch ganz viel Bezug, denn in dem Moment, in dem der Spieler eine Situation nicht löst, indem er einfach nur draufhaut, sondern vielleicht eine tolle Idee hatte, dann hat er einen persönlichen Bezug dazu, was diese ganze Begegnung episch macht für ihn, weil er sich daran hat, ich hatte voll die geile Idee, wie ich mir mit dem Seil da rumgeschwungen habe und die alle gefesselt habe und wir das geschafft haben. Das sorgt halt, also es schafft möglicherweise einfach Abkürzungen durch den Kampf, wenn die Spieler eine geile Idee haben, aber dann haben sie es halt auch verdient, wenn sie die Idee, wie ich gut war, aber es sorgt halt dafür, dass sie einen Bezug dazu haben, wie sie das Problem gelöst haben. Die Problemlösung war nicht nur Klopf, 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 seine Lebenspunkte weg, sondern die Problemlösung war meine geile Idee und damit meine Geschichte und damit mein Bezug zu dem, was da passiert ist. Abgesehen davon, dass ich generell es immer richtig finde, coole Ideen von Spielern zu lösen, weil es spannenderes Kämpfen in Form von Action schafft und ich persönlich halt Actionbeschreibung mag, aber selbst wenn man halt nicht auf sowas achtet von was mag ich gerne, schafft es halt immer den Bezug, wie der Spieler es löst. Selbst wenn ihr Leute habt, die sehr, sehr taktisches, Tabletop-mäßiges Spielen daraus machen wollen. Es gibt ja Leute, die haben da Spaß drauf, das ist legitim. Es ist trotzdem dann der Punkt am Ende des Abends, wie sie vielleicht nicht nur mit den Attacken ihres Charakters gearbeitet haben, sondern eine tolle Idee hatten, wie sie die Attacke gegen eine Statue einsetzen können, die Umfeld dort den Gegner trifft. Dann ist es halt immer noch ihre kreative Lösung gewesen, die den Bezug für sie schafft. Dann ist ganz wichtig, um Bezug zu schaffen, der Kampf selbst sollte im Dungeon oder in der Story Bezug haben. Das heißt, wenn ihr einfach nur eine Höhle, in gewissem Maß hat man das einigen Abenteuern früher sehr viel vorgewarfen, auch zu Recht, und ich finde zum Beispiel die Basic-Fantasy-Abenteuer haben das sehr stark drin, dann landet ihr halt in einem Raum drin, das gibt halt Kampf für Kampf für Kampf. Warum sollten wir, also warum ist es relevant, gegen diese Gegner zu kämpfen? Nee, ist es nicht. Warum tut man das? Weil die sind halt da, weil sie hat jemand reingeschrieben. Wow, toll, das kann man sich ja doch sparen. Wenn der Kampf aber in der Story relevant hat, weil ihr halt gegen die Orks kämpft, weil die was weiß ich, was vorher gemacht haben, dann hat es halt dadurch in der Story Bezug und damit Bezug für die Spieler, weil die Story, die gespielt wird, ist ja die Story der Charaktere. Und wenn es für die Story der Charaktere relevant ist, dass dieser Kampf stattfindet, dann ist es damit für die Spieler relevant. Im Dungeon das Gleiche. Wenn der das Ganze in Bezug auf den Dungeon hat und die Geschichte der Spieler ist, wie sie diesen Dungeon erkunden, dann ist es halt relevant, was in diesem Kampf passiert. Und möglicherweise, also gerade durch Bezugsaufbau im Dungeon kann man auch ganz viele Interaktionsmöglichkeiten schaffen, die wieder diesen Punkt kommen von, wenn die Spieler damit etwas anderes machen, als einfach nur draufhauen, haben sie mehr persönlichen Bezug. Also sollte man sich immer gut überlegen, von wie passt dieser Kampf da rein? Und wenn es nur darum geht, dass ich einen Kampf habe, weil ich den Kampf, weil ich Kämpfe im Dungeon haben will, dann sollte man die halt überarbeiten und qualitativ bessere Kämpfe draus machen, die halt irgendwie relevant sind. Zum Beispiel habe ich mal meinen kompletten Einstiegskampf für ein D&D-Abenteuer, wo es da losgeht, die Gruppe wird halt ausgeschickt und muss in irgendeine Höhle, um was zu bekämpfen, weil wir sind da Stufe 1, die Leute wollen klassisches D&D. Dann war die Höhle aber ein, da drin wohnt ein Echsenmenschen-Schamane, der durch einen Zaubermissgeschick von zu Hause weg teleportiert wurde und jetzt eigentlich zurück will. Und der hat sich ein paar Kobolde geschnappt, die ihn für etwas Tolles halten, weil Kobolde feiern Drachen und sehen sich selbst ja auch als Drahtmachern absteigen, sind aber die Kleinsten und das in der Kette und alles, was über ihnen steht, ist toll und verehrenswert. Und die haben den Echsenmenschen verehrt, weil sie davon denken, dass der halt ihnen überlegen ist und jemand, dem sie nachfolgen sollten, weil er ist halt Drachen abstammt. Also arbeiten sie für ihn und er hat sie ausgeschickt, Karawanen zu überfallen, um davon Material zu bekommen, was er braucht, um sich wieder nach Hause zu teleportieren. Und dann waren in dem Dungeon mehrere Räume, in einem, wo die Goblins leben, äh, nicht die Goblins, die Kobolde, wo die leben, so Alltagsaufenthalte haben, einen Lagerraum, eine Schlafstätte. Die haben halt alle logischen Bezug dazu, was dieser Echsenmensch da macht. Am Ende des Raumes war mit einer Tür abgeriegelt, die Schlafkammer des Echsenmenschen, wo man dann auch sein Tagebuch finden konnte, um herauszufinden, quasi ja, selbst wenn man nicht zugehört und nichts mitbekommen hat, dann nochmal lesen zu können, was die Story dahinter ist, sodass das Ganze halt ein abgeschlossener Dungeon war, wo alles Bezug darauf hatte, dass dieser Echsenmensch nach Hause will und jeden Kampf, den man dann halt vorher erlebt, sich überlegt, aha, oder selbst wenn man es nicht beim Kampf überlegt, aha, sondern hinterher, wenn man dann halt am Ende ankommt und die Zusammenhänge sieht, sich überlegt, aha, das ergibt Sinn, deswegen haben die sich so und so verhalten. Solche Sachen schaffen Bezug und Bezug macht den Spaß dann wieder spannender. Dann gibt es einen Leitsatz, den aus dem OSA, den ich für so etwas immer gut empfehlen kann, nämlich, Monster sollten einzigartig sein. Das geht ganz klar auf die Schiene von, wenn ein Monster einzigartig ist, ist es spannend, weil die Spieler nicht wissen, was sie erwarten und was passiert. Wer nicht so OSA extrem seine Runde spielt, neigt dazu dann eher zu sagen, hey, wir haben hier klassische Monster, wir haben die da drin und Orks und Untot werden sicherlich häufiger als nur einmal ausgepackt, aber je häufiger ihr Monster in die Kämpfe einbaut, die einzigartig sind, haben wir wieder diesen Punkt von, es kommen die einzigartigen Mechaniken rein, es kommt die einzigartige Erfahrung rein, das Ganze ist Unwissen der Spieler und es ist damit spannender, weil sie am Ende sagen können, wir haben das besiegt, genauso wie wenn sie vorher wussten, was es ist, aber auf dem Weg dahin halt viel mehr erkunden und herausfinden, was es mit diesem Wesen auf sich hat. Von daher lohnt es sich immer zu wissen, A, kennen meine Spieler an Monstern und B, nutze ich vielleicht Material dazu, was es mir hilft, Monster zu erschaffen. Zum Beispiel gibt es von Lamentations of the Fame Princes den Esoteric Monster Generator, der einen komplett Monster generieren lässt. Für die verbotene Lande gibt es da drin eine Tabelle, um Dämonen zu erzeugen, das heißt, jedes Mal, wenn man einem Dämonen begegnet, ist das ein einzigartiger Gegner und das macht Dämonen halt immer wieder interessant, weil immer wieder was neu ist. Du kannst da drei Abenteuer bei mir mitspielen, an denen am Ende gegen Dämonen gekämpft wird und dreimal hast du halt einen komplett anderen Kampf und aber auch einen kompletten anderen Aufbau des Dungeons. Ich habe zum Beispiel an einer Stelle mir einen Dämon zusammengeführt für eine Höhle, das war ein Insekten-Dämon. Also wurde der komplette Dungeon angepasst, dass das halt vorher Hinweise darauf gibt, Insektenbezug etc. Dann, große Dungeons beziehungsweise große Stories, wenn man das Ganze über viele Abende verteilt, sollte man thematisch unterteilen. Gerade bei, wenn man sich Groß-Dungeons anguckt, sieht man das immer sehr, sehr schön, wenn es da verschiedene Fraktionen gibt oder so. Ein gutes Beispiel ist Tomb of the Serpent King, was ein OSR-Einstiegsabenteuer ist, das in verschiedenen Bereichen arbeitet. In einem leben Goblins, die aber noch einen Seitenausgang raus können. In einem lebt ein Alchemist, an einer Stelle ist ein Basilisk eingesperrt, die Sachen interagieren alle im gewissen Maß miteinander, haben aber ein eigenes Thema in dem Bereich, in dem sie haben eine eigene Rolle, sind eigenständige Dinge. Und das würde ich halt immer empfehlen, weil es auch wieder dazu geht, dass Unwissen geschaffen wird, denn die Sachen unterscheiden sich. Wenn ihr einen großen Dungeon baut oder eine große Story und da sitzt halt jedes Mal Orks als Gegner, weil das ist halt eine Orkh-Höhle, dann ist das nach dem dritten Kampf dieser Punkt von okay, wie viele Orks haben wir diesmal? Sieben. Okay. Paaren wir uns durch. Es ist instant spannender, wenn ihr einen Unwissenheitsfaktor reinbringt, in dem Form, dass die Dinger sich thematisch unterscheiden. Und wenn ihr sagt, wir haben einen Dungeon, da lebt der Orkhäuptling, dann die Spielergruppe sind da, weil sie den Orkhäuptling erschlagen wollen, weil der bedroht das Königreich. Und dafür müssen sie sich durch seine Orks durchprügeln, um zu ihm zu kommen und ihn zu töten. Das ist ein pragmatischer, einfacher Plot, haben sie vielleicht Bock drauf, läuft. Wenn ihr euch dann aber überlegt, okay, der Orkstamm, der ihm gehört, das ist ja nicht nur er, sondern das sind ja verschiedene Familienzweige. Das fächert sich ja auf. Da gibt es sicherlich einzelne Leute, die mächtige Krieger sind und unter sich den Rest ihrer Familie haben. Und dadurch entgeben sich verschiedene Clans der Orks. Oder verschiedene Familienzweige. Ich weiß nicht, ob man das nennen will. Und wenn die alle erkennbar sind, zum Beispiel, weil jeder von denen sein eigenes Wappen hat und sein eigenes Banner oder dass halt die farblich alle unterschiedlich sind, weil jeder von denen natürlich auch im Clan selbst toll dastehen will, weil wenn seine Familie mehr leistet, kriegt er am Ende mehr Beute ab. Dann kann man das über den Dungeon verteilen in verschiedene Ork-Fraktionen. Die sind zwar ein zusammenhängender Stamm, aber das sind halt immer noch Familien, die unterschiedliche Vorstellungen haben. Und vielleicht hat, dann hat man halt, dann überlegt man sich für jeden von denen, das Familienoberhaupt und eine Eigenheit der Familie plus eine Farbe des Wappens und ein Symbol auf dem Wappen. Und die Spieler ziehen da rein, sehen am Anfang die ersten Wappen, denken sich, okay, prügelst du den durch und kommt irgendwann im Bereich, oh, hier ist ein anderes Wappen. Offensichtlich andere Farbe. Fällt auf, okay, sieht anders aus. Aha, Orks verhalten sich anders. Dann könnt ihr vielleicht, bei den einen sind halt mehr Nahkämpfer, bei den anderen sind halt eher Fernkampfersche, mit sowas arbeiten. Dann können die Spieler sich nämlich daraus überlegen, aha, wir sind besonders krasser Nahkämpfer, also wollen wir durch die Nahkämpfer durch, weil Fernkämpfer uns echt nerven. Also suchen wir uns einen Weg durch deren Lagerbereich und umgehen die Fernkämpfer. Oder bei einem gibt es Schamanen drin, mit denen man sich nicht anlegen will. Das andere ist, man kann halt auch auf die Idee kommen zu sagen, okay, wenn wir dafür sorgen, dass dann genug Zwist zwischen sich ist, vielleicht gibt es den auch schon, wenn wir das beobachtet haben und wir wollen da rein, dann können wir am Rand von einem Lager lang und die bekämpfen und selbst wenn die nach Hilfe rufen, sind sie von ihrem Kern weit weg und die anderen Familien kommen nicht rüber, denen helfen, weil das sind ja nicht die eigenen. Das ist ja die andere Familie und wenn die auf den Deckel bekommt, ist das nicht unser Problem. Mit so etwas kann man dann arbeiten und das schafft halt Spannung, weil Unwissen der Spieler. Und daraus können sie halt Dinge tun, wie sich das dann am Ende verhält. Und das muss halt noch nicht mal vorher festgeschrieben sein, aber einfach durch die Tatsache, dass da unterschiedliche Themen drin sind, wird es halt spannend. Und das kann man auch auf verschiedene Bereiche ebnen, sei es, dass man die Ork-Stämme unter sich, also die Ork-Familien, sich entscheiden lässt oder indem man in einem großen Dungeon verschiedene Fraktionen hat in Form von, an einer Stelle sind Orks, an einer Stelle sind Untote, an einer Stelle sind Vampir. Da kann man halt variieren, aber man sollte einen Dungeon nicht komplett, also man sollte nicht ein großes Thema drin haben, wenn der Dungeon groß ist, dann ist das unterteilen. Und genauso halt auch für eine Abenteuer-Story. Wenn die Story ist, die Charaktere reisen durch eine lange Strecke, weil sie irgendjemanden irgendwo hinbringen müssen, dann müssen wir dessen auf eine Karawane aufpassen. Und sie werden jedes Mal von, also durchgehend, wenn Angriffe kommen, von wilden Tieren, dann ist das halt nach dem zweiten Angriff sein, ja, Quau, da kommen wieder die Wölfe. Wow. Wenn dann aber was anderes kommt, ist es halt abwechslungsreicher und spannender. Und vielleicht muss man sich erst mit wilden Tieren rumschlagen, dann mit Räubern und am Ende mit Untoten. Und kann halt Sachen davon mitnehmen oder hat dann aber das Problem, okay, wir haben uns jetzt gerade an die Räuber und deren Taktiken gewöhnt und wenn jetzt Alarm kommt, los geht, vermuten wir, was wir machen müssen, um halt auf der Hut zu sein, aber dann, wenn der Alarm losgeht, sieht man auf einmal langsam Untote auf die Karawane zu schlurfen und muss sich ganz schön überlegen, oh fuck, oh fuck, oh fuck, wie gehen wir damit um, dass das neue Gegner sind. So, das kann man halt, so kann man halt auch jede Story aufteilen. Und selbst, wenn man eine Story macht, die wenig Kämpfe hat, weil sie viel auf Intrigen und so etwas geht, kann man halt auch das aufteilen, indem man dann, wenn man Intrigen, zum Beispiel an einem Adelshof spinnen muss, dann sollte man halt nicht fünf Adelige von der eigenen Position überzeugen müssen, die halt alle Copycat-Standard-Adelige sind, sondern da sollte halt jeder thematisch unterschiedlich sein und sich deutlich unterscheiden, damit es halt interessant ist, zu sagen, ah, bei dem machen wir das, bei dem und seiner Familie machen wir das, bei dem und seiner Familie müssen wir uns was anderes überlegen, etc. Dann, weil wir den Punkt hatten, von wegen ernste Konsequenzen, die schwingen halt bei allem, was wir da haben, schon so ein bisschen drin mit. Und man kann halt ganz klar sagen, ernste Konsequenzen, wenn ein Kampf nicht tödlich ist, oder wenn es nicht zu verlieren geht, warum führt man ihn dann? Es muss halt Konsequenzen geben, sprich, Charaktere müssen sterben können oder wichtiger, Lut muss verloren gehen können, etc. Wichtig dabei ist in meinen Augen aber auch, dass ihr kommuniziert, dass Konsequenzen ernst sind. Nicht, dass die Abenteuergruppe loszieht, voll viel Spaß hat, alle gechillt sind, nebenbei snacken und haben gute Laune und auf einmal stirbt einer raus und alle denken sich, holy shit, das ist krass und sind davon überrascht und frustriert, weil es überrennt, wenn ihr euch dachte, das war vollkommen klar. Sondern es muss sich halt aufbauen. Der, es sollte, also in meinen Augen sollte es nicht direkt in einem Tod enden, ganz am Anfang, sondern es sollte halt die, so genannte Death Scare, Death Scare geben, also einen Schockmoment, der einen fürchten lässt, dass jemand verrecken kann, weil halt jemand zu Boden geht oder so etwas. Das reicht ja häufig schon aus. Und dann müsst ihr doch klar kommunizieren, von wegen, wenn ihr dann zu Boden geht und der verreckt, dann verreckt der halt. Dann ist der halt tot. Die Konsequenz ist, dass hier jemand stirbt. Also im Spiel natürlich nur. Ihr könnt es aber auch auf andere Ebene heben, von indem ihr klar kommuniziert, so okay, wenn ihr diesen Auftrag nicht schafft, dann verliert ihr richtig Ansehen in der Stadt. Das tut, das schadet euren Charakteren. Also dass den Spielern vorher klar ist, was da für sie on stake ist. Man kann da auch mit einem Ab und An mit kleinen Kniffen arbeiten, zum Beispiel, wenn man halt schon in seiner Runde jetzt so drei, vier Abende liefen und alles ist gut und sowas, indem man am Anfang der Runde noch mal den Spielern überredet, wie eigentlich Todeswürfe in D und D funktionieren. Damit sie sich halt bewusst seien, okay, da ist was. Diese Regel ist relevant, weil das kann passieren. So kann man denen das halt immer ein bisschen wieder vor Augen halten. Man sollte aber halt, also im Optimalfall stellt man sich in der Session Zero schon hin und sagt, klar und deutlich, wenn ein Charakter, ich packe den nicht mit Sandhandschuhen an, nur weil ihr gerne eure Helden lange Leben haben wollt. Das ist halt sinnvoll, das am Anfang zu kommunizieren, wenn man das hat. Wenn man jetzt natürlich sagt, so hey, bei uns stirbt keiner so lange oder so schnell, dann sollte das natürlich auch kommuniziert werden. Dann müsst ihr euch halt für eure Sequenzen andere Dinge überlegen, die die Konsequenz sind, weil es sollte halt eine geben. Und wenn die Konsequenz ist, dass dann halt die Story irgendwie Probleme bekommt, ihr euch mit mehr Problemen rumschlagen müsst, ist es okay. Ihr solltet es aber halt klar kommunizieren, weil dadurch baut ihr halt diesen Druck auf, indem die Spieler auch OT wissen, aha, es gibt diese Konsequenz. Und zu guter Letzt noch eine Idee, die ich als Mechanik Sache cool finde, mit der man was machen kann, nämlich Sicht und Licht. Gerade in modernen D&D-Derivaten ist es halt am meisten schon so, okay, gefühlt kann jeder zweite Dunkelsicht. Das ist immer sehr schade, weil das heißt, es gibt kaum Bedrohung durch Licht. Aber, wenn man sich da dran tastet, kann man damit halt sehr viel machen. Sei es, dass man sich hinstellt und sagt, ihr müsst halt tracken, wie viele Fackeln ihr habt. Ein verbotener Land, da hat er extra Ressourcenwürfel für. Oder indem man mit Effekten arbeitet, die Sicht reduzieren. Ich habe zum Beispiel mal einen schönen Spaß daran gehabt, meine Spieler in Underdark-Bereich, am Mazing-Bereich zu schicken und mit Veins of the Earth zu arbeiten und darüber das aufzubauen und wenn sie halt natürlich schwächer, weil sie halt weit unten sind und dieses Ding halt so eine Wirkung hat und damit wurde halt alle Sichtweite halbiert und dann wurde sie nochmal halbiert. Und dann war halt im End-Dungeon haben sie von dem, was ich aufgebaut habe, halt noch nicht den kompletten Dungeon gesehen, weil das hinten halt schwarz war. Und sie mussten sich überlegen, okay, da ist unser Ziel und in dem Dunkeln da hinten wissen wir nicht, was da ist. Solche Sachen schaffen halt super viel Spannung, weil das, was man nicht sieht, schafft automatisch Unwissen und es ist halt immer bedrohlich. Ihr müsst noch nicht mal da viel reinsetzen. Ihr könnt einfach sagen, okay, eure Gruppe kriegt halt nur die Hälfte des Raumes mit und dann lasst ihr halt ab und an aus der Dunkelheit Geräusche hören. Es reicht ja, dass da eine Ratte langläuft oder sowas. Das klingt viel gruseliger, wenn man nicht weiß, was es ist. Schön für so etwas ist, finde ich auch das Scene The Vast and the Dark, was halt darauf Wert legt, dass man riesige Megastrukturen untersucht und da kann man halt einfach nicht durch den Raum durchsehen. Du kannst halt da deine Zehen maximal für 18 Meter weit sehen. Wenn du besonders geschickt bist, schaffst du euch noch mal ein paar Meter rauszuholen. Aber wenn der Raum halt 500 Meter tief ist, dann siehst du das Ende des Raumes einfach nicht. Und von dem, was ich an Erfahrung oder wochen habe, ist es halt meistens wird sehen können im Rollenspiel halt recht plakativ behandelt mit. Man vermutet, dass man es kann. Jeder sieht zu, dass er, wenn er die Möglichkeit irgendwie dunkel hat, dunkle Sicht bekommt oder irgendwie tolle Sachen und meistens, wenn es um Sicht geht, wird halt auf Wahrnehmung gewürfelt, ob er das mitbekommt. Aber man kann halt einen Kampf viel, viel spannender gestalten, indem man dafür sorgt, dass halt die Sicht nicht da ist. Sei es, dass Gegner einen Dunkelheitseffekt drauflegen oder dass halt der Raum so riesig ist, dass man nicht sieht, was hinten vielleicht noch ist, was in den Kampf dazukommen könnte. Oder vielleicht auch, dass man Gegner hat, die gut darin sind, sich anzuschleichen und die Spieler halt immer auf Wahrnehmung würfeln müssen, um die überhaupt zu bemerken. Das schafft Spannung, weil es arbeitet ganz viel mit Unwissenheit der Spieler, es schafft ganz viel Druck. Nochmal für, darf ich das anfangen? Ihr solltet mit dem Druck es nicht übertreiben. Also es geht darum, unfaire Situationen zu erschaffen, wo die Spieler sich nur gestresst fühlen. Es geht halt darum, Würze reinzubringen durch mehr Druck. Das in meinen Augen gestaltet Kämpfe spannender und da haben wir gerade reichlich aus meiner Sicht coole Ideen dafür, um da mehr Pepp in die Kämpfe zu bringen. Wenn ihr noch coole Ideen habt, lasst sie mich gerne unten in den Kommentaren wissen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut!